Ich grüße dich, schön, dass du wieder mal in die neue Woche eingeschalten hast. Ja, löblich, dass viele Menschen meine Videos anschauen, aber bedenke, meine Videos sind nicht zur Illusion gedacht. Wenn man schon Videos von mir anschaut, dann erwarte ich mir entweder, ihr wisst schon, mit Ohrenhörer, wie ich sie trage, oder man dreht leise, wie man es auch immer mag. Aber egal, jetzt, ja, neue Woche beginnt, ich wieder am Start und ich freue mich ja auch schon, dass wir wieder den Herbst einläuten können. Und ja, egal wie spät es ist, wir brauchen mal alle einen Kaffee. Bei mir ist die Geschichte halt immer so, ich trinke Kaffee und schlafe besser, als wenn ich keinen trinke und schlechter schlafe. Also, es hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich dumm oder blöd bin. Es ist einfach mal so. Und ja, es sollte keine Rechtfertigung sein irgendwann für die Partnerin. Aber Kaffee ist zu jeder Zeit genüsslich, muss ich auch nur mal erwähnen. Noch ein bisschen heiß, aber ja, für die Menschen, die mich hier auch kennen, die wissen ja auch schon, wie ich bin, wie ich es meine. Ich möchte die neue Woche friedlich beginnen und nicht rebellisch wie andere, die immer nur meinen, sie hätten einen kleinen Huscher in der Birne oder sind nicht mehr normal. Ich möchte die neue Woche einfach friedlich starten. Der Rest ist mir eigentlich scheißegal, wenn ich das so sagen darf. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne neue Montagwoche. Wir haben ja übrigens auch Montag. Und schaut mir die Videos mit Kopfhörer oder leise.